Der 1. FC Kaiserslautern und Hansa Rostock trennen sich 3 zu 1. Ein verdienter Sieg für die Kaiserslauterner am Betze. Es war ein sehr, sehr packendes Spiel, spannendes Spiel. Rostock ist zwar nochmal rangekommen, aber im Gesamten ist es mehr als verdient für Kaiserslautern, die nach sieben Spielen mit 13 Punkten sehr, sehr gut dastehen, finde ich. Also starker Auftakt in die Saison auf jeden Fall für Kaiserslautern. Das 1 zu 0 durch Raschl ganz früh in der dritten Minute. Rostock völlig überfordert. Also man muss dazu auch sagen, es war ein richtig schönes Tor. Also man muss das auch erstmal so machen. Also da kann man Kolke auch, glaube ich, gar keinen Vorwurf machen. Das war ein direkter Schuss. War zwar nicht hart, aber damit hat keiner gerechnet und Kolke hat auch gar nicht mehr reagiert. Schönes Tor zum 1 zu 0. Es war dann Kraus, der auf 2 zu 0 stellte und das ging auch in Ordnung, weil Kaiserslautern wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Die Rostocker kamen dann nochmal ran durch Brumado. War auch super rausgespielt, war super gemacht. Aber was dann halt so ein bisschen gefehlt hat, war dieser Wille zum 2 zu 2. Und ich finde einfach, Rostock hat zu wenig gemacht, hat sich auch schwer getan, das 2 zu 2 zu erzielen. Und das hat sich dann ein bisschen in die Schlussphase reingezogen. Und dann war es Ache, für mich im Moment der Mann der Stunde bei Kaiserslautern, macht eine super Saison bisher mit dem 3 zu 1. Und damit war das Ganze natürlich durch. Und wie gesagt, Kaiserslautern mit einem super Saisonstart, verdienter Sieg. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Und Rostock, ja, müssen sie einfach vorwerfen, zu wenig gemacht zu haben oder zumindest zu ängstlich gewesen zu sein. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonnenten nicht vergessen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.